Jo, Hallöchen ihr da draußen und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich mir für euch mal wieder einen kommentieren Kommentar aus dem Ärmel geschüttelt. Es sind wieder 5 Kommentare von euch dabei. Kommentiert fleißig, dann seid ihr vielleicht im nächsten Teil dabei. Und ich würde jetzt sagen, lange Rede, kurzer Sinn, es geht los. Der erste Kommentar ist von der lieben Winx und sie hat geschrieben, die 1000 Abos bekommen wir hin. Es wird Zeit, dass du dich ausziehst. Komm zu mir in die Stange. PS, das mit dem Ausziehen waren uns Spaß. Ja, ich habe mit der Winx ja eh schon mal geredet, dass ich bei ihr vorbeikomme und ein bisschen an der Stange dance und meine Pole-Dance-Künste unter Beweis stelle. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare und ich denke, dann wird sich da irgendwas regeln lassen. Und wer die Winx nicht kennt, der kann gerne bei ihr mal vorbeischauen und... Joa, mal vorbeischauen. Sinn. Dann hat der Freaky Metal geschrieben, dass meine Videos immer so leise sind und ob ich sie nicht für dieses Jahr lauter stellen könnte. Dazu sage ich ganz einfach Danke für dieses Feedback. Das ist das Feedback, was man gebrauchen kann und benutzen kann. Und ich sage dir einfach so viel. Ich werde es versuchen. Wahrscheinlich wird es jetzt so eskalieren, dass meine Videos komplett übersteuert sind. Aber wir werden da schon irgendeine gute Einigung finden, hoffe ich. Achte einfach mal drauf, ob... Genau, achte einfach drauf, genau. Achte einfach drauf. Der nächste Kommentar ist von der lieben Diana und sie hat geschrieben, boah, das sind ja Ziele für 2017. Bei mir lohnt sich das nicht zu planen. Ich setze das dann eh nicht um. Aber was ich schaffen will, ist mein Sixpack. Dann dazu sage ich einfach nur, hey Leute, setzt euch eure Ziele. Wenn ihr sie nicht erreicht, dann setzt sie euch neu oder ändert sie ein bisschen um. Ich meine, ich habe letztes Jahr gesagt, ich will die 1000 Abonnenten schaffen. Wir haben es nicht geschafft. Ich sage es aber jetzt, dass wir sie schaffen werden. Und ihr dürft eure Ziele einfach nicht aus den Augen verlieren. Egal wie lange es dauert, diese zu erreichen. Und ich wünsche dir viel Erfolg für dein Sixpack. Dann hat die liebe Michi geschrieben, 2016 war schon geil mit dir, aber 2017 wird so richtig auf die Scheiße gehauen. Joa, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Joa. Und der letzte Kommentar ist von geilescheißetv. 2017 wird mega geil mit dir. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Und ich bin froh, dass ihr mit dabei seid. So, das war es auch wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da. Wer noch nicht abonniert hat, kann das gerne noch machen. Denkt immer dran, wer den Kopf hängen lässt, schleift im Dreck. Immer maximal denken. Ich bin raus für heute und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.